Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe mir eine Kugel eingefügt. Und jetzt bin ich der Einzige, der dir helfen kann. Wann kommst du da an? Du kommst wieder zurück. Das war ein großer Fehler. Chrissy, ich muss das Geld zu meiner Tochter bringen. Und leider haben sie schon Mac. Mac ist nicht genug. Wie viel Blut hast du verloren? Eine Menge. Wieso sitzt ein Gangster wie du in einem Bus? Lief halt alles nicht so, wie es sollte. Bist du ein Cop? Du denkst also, dass du weißt, was ich will. Bekommen wir ein Problem? Ich kenne einen Typen aus der Bar. Er fährt uns dahin, wo wir hin müssen, Alter. Ziehen wir die Scheiße durch. Schnappen und zu mir bringen. Du glaubst einfach, die sind hinter mir her, Mann. Komm einfach zum Busbahnhof. Geh nicht ran. Egal, wer anruft. Halt auf keinen Fall an. Ich werde ganz sanft sein. Verdammt. Du kommst zurück, oder? Ich statte Christine und Lily einen Besuch ab. Hast du noch die Kohle dabei? Ich wünschte wirklich, es wäre nicht so abgelaufen. Sie wollen Blut.